Hallo zusammen! Aus meinem Unboxing-Video von der Wohnung aus meiner Zwangsversteigerung kennt ihr ja die gerissene Fensterscheibe. Ich habe mir jetzt mal mein iPad dazu geholt und erzähle euch ein bisschen was zu der Scheibe, was ich zuerst unternommen habe, um die ganze Sache wieder sicher zu machen, beziehungsweise erstmal zu sichern. Sehr viel ging ja an dem Tag nicht, ich habe die Wohnung ja erstmal gesehen. Okay, eine schöne Sache für mich noch vorab, ihr seht, ich habe jetzt das neue Mikrofon, also vielleicht seht ihr das, ich habe jetzt ein neues Mikrofon und der Ton sollte wesentlich besser sein als den, den ihr da damals in diesem Video hattet mit der Fensterscheibe. So, was habe ich zunächst gemacht? Ich habe von innen angefangen, da wo der Riss auf der Seite des Griffes war, mit Panzertape eine Sicherung anzubringen, weil die Fensterscheibe war schon sehr wackelig und man hätte sie eigentlich sehr leicht nach außen drücken können. Ich wollte einfach vermeiden, dass sie noch weiter kaputt geht und dass dann auch der Wind da rein zieht. Bei Stürmen, wie es jetzt gerade der Fall war, ist das natürlich nicht so gut, wenn da ja alles offen ist. Ihr seht, ich habe jetzt erstmal hier runtergeklebt, das war das erste Drittel ungefähr, von der Scheibe, die war auf der vollen Breite gerissen, von der Hälfte, nein, über der Hälfte des Fensters runter, rüber auf die nächste Seite. Und da frage ich mich natürlich, wie kann sowas passieren? Der Mieter ist raus, ich habe ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen und kann natürlich auch nicht mehr fragen, was jetzt da los ist. Vielleicht hat einer von euch Ahnung, ist ein Glaser dabei, der mir sagen kann, wie so ein Riss zustande kommen kann und wie man sowas überhaupt hinbekommt. Kommentare erwünscht, schreibt mir einfach, wenn ihr eine Ahnung habt, wie das passieren konnte. Ich habe, wie gesagt, jetzt erstmal das erste Drittel geklebt, weil die Scheibe sehr fragil war und ich Angst hatte, dass die rausgedrückt werden könnte. Habe ich dann von draußen, von der Seite des Balkons, auch den Gegenpart direkt geklebt. Auf diesem ersten Drittel bin da immer weiter runtergefahren, wie ihr seht. Ja, bei der Aktion hatte ich Handschuhe an, meine normalen Handwerkerhandschuhe, sage ich mal, die ich halt bei allen Renovierungen anhabe und so auch immer benutze. Hintergrund war natürlich, dass ich mich nicht schneiden wollte. Jetzt ist die Frage, hätte das im Fall des Falles was gebracht? Ich habe halt aufgepasst, dass ich nur über das Panzertape streichle, nicht auf das Glas komme und mich da möglichst nicht schneide. Wie ihr seht, auch gerne, wenn ihr da Erfahrungen habt, Kommentare sind auch hier erwünscht. Schreibt mir einfach, ob das wirklich was gebracht hätte, wenn ich mich, ja, ob ich mich damit hätte schneiden können mit diesen Handschuhen oder ob die mich dann doch, es ist ja nichts passiert, alle Finger sind noch dran, ob die mich dann doch geschützt hätten. Jetzt war die Scheibe fest genug, sodass ich dann auch die komplette, den kompletten Riss kleben konnte. Gleiches habe ich dann letztendlich auch von innen gemacht, sodass sowohl von außen als auch von innen Stabilität da war. So konnte sich kein anderer mehr an der Scheibe schneiden. Das Panzertape ist ja doch, hat doch eine gewisse Festigkeit und wenn man da jetzt nicht dran rumwerkelt, dann sollte da auch nichts passieren an der Scheibe. Fürs Erste ist jetzt eine Sicherung da gewesen und ich musste mir keine Sorgen mehr machen. Nächste Woche kommt der Glaser, wird den ganzen Fensterflügel ausbauen, mitnehmen und wie er mir gesagt hat, wird dann innerhalb von vier Stunden die Reparatur durchgeführt. Das ist ein Holzfenster, einfach verglast. Ja, dürfte dann wohl relativ einfach sein für den Glaser. Wenn ihr mehr so Videos sehen wollt, abonniert gerne meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch, drückt die Glocke, dann seid ihr immer als Erster mit dabei, wenn neue Videos hochgeladen werden. Ich versuche das jetzt regelmäßig zu machen, alle paar Tage. Also gerne dabei bleiben am Kanal und ich freue mich auf euer nächstes Zusehen. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.